Hallo und willkommen in der Parfumerie Haberstock. Wir sind in der Anna-Straße, direkt im Herzen der Fußgängerzone. Wir wollten uns noch mal kurz vorstellen und euch unsere Weihnachtsheilheits präsentieren. Als erstes übergebe ich an meinen lieben Kollegen Franz, der euch schon mal was Schönes zeigt. Hallo, mein Fafel für Weihnachten ist wie jedes Jahr die Anikotal-Weihnachtskerze. Sie verströmt einen tollen grünen Duft, man fühlt sich einfach wohl. Oder, was auch toll ist für zu Hause, der neue Weihnachtslook von Chanel. Tolle Lippenstifte, tolle Lidschatten, dass man auch am Baum schön aussieht. Hallo, ich stelle euch heute ein bisschen was von der Dekorativen vor. Wir können ja leider nicht Lippenstift tragen oder unser Gesicht mehr so richtig in Szene setzen. Deswegen ein paar Highlights. Einmal für eure Fingernägel haben wir unsere Annie-Lacke. Ganz viel Farbauswahl haben wir für jeden etwas dabei. Oder, dass wir unsere Augen zum Strahlen bringen, stelle ich euch heute mal noch unsere A-Deko-Paletten vor. Für jeden Farben was dabei, für 24,95 ein super kleines Geschenk. Auch für den Adventskalender, zum Beispiel auch wie die Nagellacke. Dann gibt es noch einen kleinen inklusiven Rundgang mit dem lieben Herrn Wahl durch unseren Laden. Und hier haben wir noch ganz tolle Geschenkideen von Molten Brown. Das ist die limitierte Festtagskollektion. Es gibt ganz tolle Kugeln, die man auch an dem Baum hängen kann, mit Duschgel. In drei verschiedenen Duftrichtungen. Ich finde sie sehr attraktiv und toll, weil sie alle ein bisschen Glitzer mit drin haben. Und Glitzer wollen wir doch alle zu Weihnachten. Und wer sich nicht entscheiden kann, für den haben wir natürlich auch wie jedes Jahr und wie unser ganzes Jahr unsere Gutscheine. Wir haben eine Riesenauswahl an Düften. Die Gutscheine können genauso für die Kosmetikkabinne verwendet werden, wenn es dann wieder stattfinden kann. Und sonst, für alle, die sich nicht entscheiden können, finde ich, ist das auch immer ein super Geschenk. Oder noch was Kleines dann für unter dem Baum. Wir sagen Tschüss, euer Team Kaderstock. Tschüss und bis bald!